Meister Windu, dann gehe ich davon aus, dass General Grievous vernichtet wurde. Jupp, erwischt. Ich muss gestehen, so früh hätte ich euch nicht erwartet. Im Namen des Galaktischen Senats der Republik, ihr steht unter Arrestpaktion. Wollt ihr mir etwa drohen, Meister Jedi? Jupp, erwischt. Der Senat wird über euer Schicksal entscheiden. Ich bin der Senat. Noch nicht. Dann handelt es sich um Verrat. Hey, wie geht's? Also, wer jetzt Cringe in den Chat schreibt, ihr wisst ganz genau, wofür das ist. Wer jetzt Cringe schreibt, der ist halt einfach Lust. Willst du mit mir einen Cocktail trinken? Ihr steht unter Arrest, mein Lord. Hm? Was zum Problem? Die Jedi übernehmen die Beine. Unter Dröckung durch die Sith wird die Wiederkehr. Ehrlich? Nein. 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 Der ist ein Verräter. Er ist der Verräter. Ich werde dem ein Ende setzen und zwar ein für allemal. Er muss vor Gericht. Er kontrolliert den Senat und die Gerichte. Ich bin zu schwach und küsse ich mich nicht mehr. Just do it. Ich will nicht. Do it. Nein. Ich muss raus. Bruder, ich hab du es, Alter. Warte, ich muss noch irgendwas trinken hier. Ich bin dein Vater, Luke. Moin! Boah, ich muss die alle aufheben. Boah, ich muss dich.